Moin Leute, Trimex hier. Wir reagieren jetzt auf neues Video von hungriger Hugo, das heißt nicht süchtig, ich war auf dem Thumbnail, kam sehr sehr gut an, alle meinten ich soll darauf reagieren, mach ich das, hungriger Hugo feier ich mega, der hat einen guten Humor, stabile Edits, ich bin gespannt. Auf gar keinen Fall mitgelebt werden, nur abzocke, Digga. Oh, hier runter, mehr. Komm jetzt dazu, ich fall schon wieder runter. Wer ist er denn wieder, der hungrige Hugo, was ein Schwitzer, scheiße, Platz 11. So, so verschwitzt, Digga, der hat only Headshots, schon wieder. Der scheiß Fischreier ist schon wieder da, aber ich will ihn auch nicht verscheuchen. Two seconds later. Oh mein Abgang, der Hund. Hey, vielleicht müsst ihr gar nicht in den Zoo, um Tiere zu sehen. Es scheint, als gäbe es hier auch wilde Tiere. Ich bin in der Zone jetzt, denke ich. Hey, die Szene war so gut. Kannst du das auch schon um 18 Uhr hochladen, weil meine Katze wird um 9 Uhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Oh nein, oh nein. Was ist los mit diesen Witzen? Dann könnte ich... Kommen Sie freiwillig runter oder müssen wir raufkommen? Let's go. Das ist jetzt echt? War das echt oder war das gestaged? Da ist ein Typ für ein geiles Foto auf dem Container geklettert und kam dann nicht mehr runter. Und dann musste die Feuerwehr kommen. 10, 9, 8, 6, 7. Die Feuerwehr kommen. Oh, das ist ein Ewigfeest. Well, we can do it from today, that there are different elements that can be done. Oh, I just did this place before, higher on the street. Digga, this scene I've seen already, I haven't checked. Is this fake? I've seen this video, this clip, but I don't check it. There's an interview, you can see it totally. And he's there with absicht in it. Why? Oh, I just did this place before, higher on the street. And then he's just hit it and let's just fall. This Amy is not really easy in the game. It's not even the way you've seen it. What did he do? No, 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 no. How do you do this actually? Das habe ich mich noch gefragt. Wenn ich das, wenn ich das, das, äh, 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 äh. Da hätte ich auch an, alles andere hätte ich auch an, also, ja, oder? Wie fühlt sich eine Sucht an? Eine Sucht fühlt sich an wie eine Sucht. Toilette gehen, Häufchen setzen, 10 Minuten am Handy chillen, 15 Minuten Gameboy spielen. Und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. Das sage ich aus vollster Überzeugung. Geld macht nicht glücklich. Die Leute, die sagen, äh, Geld macht nicht glücklich, äh, macht nicht glücklich, äh, ich glaube, die haben noch nie viel Geld gehabt. Ist das einfach so. Ist einfach, du musst es einfach nur aus dem Kontext nehmen, hintereinander schneiden und ist einfach gut. Das ist nicht so eine gute Idee. Ähm, ich habe den anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Ich habe mir professionellerweise das Game noch nicht runtergenommen. Hast du das Game überhaupt runtergenommen? Ach so! Das geht ganz fix. Ja, das Game wirklich schnell. Shut the f*** up, Fabi. Stell dir vor, du pennst einfach, voll Tiefschlaf, und wachst durch einen brutalen Schlag in die Fresse auf. Allein gekriegt. Ey, das ist genau das. Du guckst direkt lustig. Das kann mir keiner erzählen. Das ist einfach lustig. Nächstes, wenn das Spruch bei mir pennt, wird es einfach kommen. Guck dir das mal an. Wenn du aufwachst durch einen Schlag, wenn du schläfst. Der geht zum... Was ist das? 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 Er weiß doch gar nicht, wo er ist. Er soll sich einfach wieder hinlegen. Was ist das? Der sieht doch ein bisschen aus wie Trimaxer. Arsch, Alter! Siehst aus wie Trimax. Was ist das? Oh, du bist vorgegangen. Nooo! Oh, shit. Oh, shit. Okay. Aber du kannst ja, ne? Ja, ja, ich hab das schon mal gemacht. Ich hab's halt echt gemacht. Der letzte Flug war über solid. Oh, shit. Oh, shit. Vorsicht, 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 Vorsicht! Ja, ja, ja. Das ist immer... Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. Hau halt gut, ne? Bei den Steinen. Oh mein Gott. Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Nein, das kannst du eben nicht. Ich bin 28. Meinst du, ich fahre da drauf rein? Ich bin gleich wieder da, Leute. Ah, das Sofa ist immer so tief. Ach, warte. Oh, das ist echt. Sofa sind das so scheiße tief. Das ist aber nicht actually ein Ordner. Warte, hab ich ihn gelöscht dazwischen? Okay, okay, ey, ey, hallo. Was? Maiko schafft das. Einwechseln. Komm schon, Maiko. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Scheiße, ja. Digga, wer macht denn hier den Alu Appa Song? Wo ist denn der, Digga? Du musst SRG, weißt du? Ja, ne? Hörst du das? Digga, der muss doch oben auf dem Dach sein. Da ist er doch, guck mal hier. Ohne Scheiß, ich lieb Stream Striper. Mach mal Musik aus. Gib mir alle deine Klamotten. Sofort. Sonst gibt's nen Headshot. Ich hab's ihm gesagt. Klamotten aus. Wollt er nicht. Das sagte einst ein weiser Mann. Ah, f*** mein Arsch. Was? Geh ihm nicht zu nah, Max. Das war auch fail. Das war auch... One-hitted endlich instant. Das ist der einzige Spoilerling hier drauf. Schieß instant auf den Kopf. Alles was los. Aber nicht da. Ich sag doch, geh nicht zu ihm. Das war... Ich hatte nur ne Shotgun. Ich musste... Ich musste Damage machen. Und ich musste ihn ins Maul schießen. Und ich musste halt dicht genug rangehen. Ich wusste nicht, dass er so schnell angreift. Das ging ja... Das ging ja... Das war ja... Noch in der Cutscene hat er gefühlt angegriffen. Bester, und wie alt bist du? Alba. Wie alt, ja? Hey, yo... One on the left. You're f***ing beautiful. My left. Was ist denn scheiße? Oh, Leute. Timing ist hier... Einfach kaputt gemacht. Was? 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 Das war nicht dein! Du spuckst... Hör auf zu spucken! Hey, das ist... Oh man, das kann man nicht machen. Nicht mit nem... Nicht mit nem shiny Glura. Kannst du nicht Spucke drauf editieren. Das ist Assi, Alter. Das tut mir im Herzen weh. Naja... Entschuldigung. Ja komm komm komm! Der macht's gut. Der macht's gut, der macht's gut. Der macht's gut. Pohligito, der macht's gut. Junge, der macht's richtig gut. Der macht's richtig gut. Im Gegenteil zu seinem Friseur. Der macht's nicht so gut. Arbeitst du hier? Was machst du da im Laptop? Ist das echt? Ist das echt? Ist doch wieder gestaged, oder? Oh Gott, oh Gott, das muss gescriptet sein, als ob sie einfach nicht antwortet. Du musst nie reden, Frauen mit mir, Alter. Bisher erste Eindruck noch der Normalste, aber kann sich auch ganz schnell ändern. Ja. Hatte ich einen guten Riecher? Das ist halt so geil, das ist halt so geil, das ist halt so fucking geil von Kevin. Wieder ein gutes Video. Ist das wirklich? Das ist er wirklich? Der hat früher getanzt. Krank wie sportlich der da noch war. Das ist halt so geil. Das ist halt so geil. Vielen Dank.